Podcast der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Der große Stalin. Da war doch was. Geh mit Ulbricht in Deutschland, dann gehst du gut. Geschichte zwischen Capacona und Fichtelberg. Ich bitte Sie, mit mir das Glas zu erheben und zu trinken. Am Mikrofon begrüßt Sie Thomas Klug. Damit Sie auch klug werden. Der 17. Juni 1953. 1953. In der DDR ein Tag zum Vergessen, im Westen ein Feiertag und Namensgeber eine Straße, die zum Brandenburger Tor führt. Der Feiertag ist nicht geblieben, die Straße immer mal wieder gesperrt. Der 17. Juni wurde zu einem der Tage, an denen man sich fragt, da war doch was. Da war doch was. Wir kommen zu einem neuen Podcast. 1953. Es ist das Jahr, als Großdiktator Stalin stirbt. Die SED, die Staatspartei der DDR, beschließt höhere Arbeitsnormen. Die Bevölkerung ohnehin unzufrieden mit der Versorgungslage, wird noch unzufriedener. Es kommt zu Arbeitsinterlegungen und zu Streiks. Die SED ist verunsichert am Brandenburger Tor und anderswo in der DDR fahren sowjetische Panzer auf. Acht Jahre nach Kriegsende. Und kommunistische Sympathisanten außerhalb Deutschlands kommen ins Zweifeln. Zum Beispiel Albert Camus. Wer sagte schon einen Tag nach den Ereignissen, wir können nicht ignorieren, dass es sich zuerst um eine Arbeiterrevolte gegen die Regierung handelt, die vorgab und zu tat, als ob sie im Dienst der Arbeiter steht. Camus steht damit nicht allein. So klang 1953. Die sowjetische Militäradministration verkündet den Ausnahmezustand. Ein Reporter des West-Berlin-Rias berichtet vom Brandenburger Tor und der spätere Chefkommentator des DDR-Fernsehens, Karl-Eduard von Schnitzler, weiß, dass die Schuldigen die Faschisten aus dem Westen seien. Und liegt damit ganz genau auf Linie der SED. Befehl des Militärkommandanten des sowjetischen Sektors von Berlin betrifft Erklärung des Ausnahmezustandes im sowjetischen Sektor von Berlin. Auf der anderen Seite des Brandenburger Tors stehen sowjetische Panzerwagen mit aufgesessenem Militär. Empörung darüber, dass Agenten und kriminelle Elemente Mitglieder des bei Adenauer und Reuter hoch angesehenen faschistischen BDJ und der nicht minder berüchtigten Deutschen Partei versucht haben unter Missbrauch der ehrlichen Absichten unserer werktätigen Zwischenfälle herbeizuführen. Da war doch was, der 17. Juni 1953. Ich darf Dr. Ulrich Mellert begrüßen. Das ist ein Historiker von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Hallo. Schönen guten Tag. Der 17. Juni. Sie haben mich am Anfang überrascht mit der Bemerkung, dass Sie das in Verbindung mit Wolf Biermann, den aus der DDR ausgebürgenden Liedermacher, in Verbindung bringen. Der gab 1976, glaube ich, ein Konzert in Köln. Was Sie denn später auf Schallplatte, das gab es früher, gehört haben und mehr oder weniger auswendig gelernt haben. Wollen wir eine kleine Textprobe am Anfang machen oder wollen Sie was schmettern, was Sie da noch im Kopf haben? Ich werde es uns ersparen, dass ich jetzt hier Biermann nachsinge. Aber ich erinnere mich, dass mir damals sein Dialog mit einem Mann aus dem Publikum, der ihn auf die sowjetischen Panzer angesprochen hatte, nachhaltig beeindruckt hatte, weil er den 17. Juni unter Bezugnahme auf seinen verehrten Meister Brecht als Janusköpfig beschrieb, als schon ein Arbeiteraufstand und noch ein faschistischer Putsch. Und er hatte ja diese große Stimmgewalt, mit der er da dieses Publikum bespaßte und zwischen Singen und Lachen und Erzählen und Diskutieren über drei Stunden. Für mich war das als 15-, 16-jähriger Schwabe so ziemlich das Linkeste, was mir bis dato begegnet war. Und gleichzeitig war es so eine völlig andere Sicht auf den 17. Juni, die mir vermittelt worden war aus der Schulzeit. Und es hat eine ganze Weile gebraucht, bis ich auch diese, ja, wie soll ich sagen, diese Zeitgebundenheit seiner Aussage verstanden hatte. Aber damit hat er doch eigentlich genau umrissen dieses Spannungsfeld, in dem der 17. Juni sich bewegt. Also einerseits demokratischer Arbeiteraufstand, das war so die Lesart des Westens. Und dieser faschistische Putsch, das war das, was in der DDR anschließend behauptet wurde. Es ist wichtig, dass Sie sagen, behauptet wurde, weil ich natürlich nicht sagen würde, dass sich das Ereignis zwischen diesen beiden Lesarten bewegt. Die propagandistische Sicht auf den 17. Juni, die die DDR verbreitet hatte, glaubten ja noch nicht mal die eigenen Funktionäre, die an den Ermittlungen nach dem 17. Juni beteiligt waren. Und die alle Versuche, irgendwie eine Verschwörung des Westens nachzuweisen, ja ins Leere liefen. Also es sagt erst mal ganz viel über Wolf Biermann und über den Umstand, dass viel Opposition in der DDR auch praktisch eine linke Opposition war. Es ist natürlich auch ein Spruch, den Biermann später natürlich nie wieder zitiert hat oder auch ein recht schnelles Thema wechselte, wenn man ihn darauf angesprochen hatte, weil er selbst natürlich auch wusste, dass das in der Rückschau ein ziemlicher Unsinn war, den er da gesprochen hatte. Aber man muss es, glaube ich, auch in Relationen sehen. Er war noch DDR-Bürger, war sein erstes großes Auslandsgastspiel und er wollte ja auch wieder zurückkehren. Er wusste ja damals auch nicht, dass das unhin schon ihm verwehrt wurde. Das mag auch ein Faktor sein und gleichzeitig verwies dieses Statement ja auch auf einen Umstand, den wir relativ leicht ausblenden, aber den wir natürlich berücksichtigen müssen, dass der 17. Juni acht Jahre nach der Befreiung Deutschlands vom Nationalsozialismus, nach dem Sieg über den Nationalsozialismus stattgefunden hatte und natürlich in der deutschen Gesellschaft noch viel nationalsozialistischer Ungeist steckte. Und wenn man sich versucht, vorzustellen versucht, was in den Köpfen der sowjetischen Panzersoldaten vorgegangen sein muss, wenn sie da plötzlich mit ihren Panzern in die Innenstädte fuhren und dort Menschenmassen vor sich sahen, die ganz offensichtlich dem System feindlich gesinnt waren, da werden sicherlich auch viele an die vielleicht im Krieg gefallenen Eltern oder Großeltern gedacht haben. Und insofern ist natürlich aus der Sicht eines in Hamburg geborenen Kommunisten, der in die DDR gegangen war, das ist natürlich eine zeitgebundene Lesart, die auch noch bis in die 17er Jahre fortwirken konnte, natürlich. Und in der DDR noch länger. Und in der DDR noch länger. Dort staatlich oktroyiert. Und es ist natürlich auch nochmal eine spannende Frage, wie bewusst sich die Gesellschaft, die DDR-Gesellschaft des 17. Junis in den 1980er Jahren war. Die Führungsriege war sich verdammt bewusst. Es gibt ja dieses Zitat von Spätsommer 1989, wo in einer internen Stasi-Versammlung Berichte über die oppositionellen Gruppen, über Demonstrationen, Proteste etc. gegeben wurden. Und wo Mielke, der da ja auch schon steinalt war, plötzlich fragte, ist es so, dass er morgen wieder der 17. Juni ist? Also das heißt, in der Führungsriege, in der völlig überalterten Führungsriege, die den 17. Juni als beinahe Totalniederlage 1953 erlebt hatten, steckte diese Erfahrung bis zuletzt in den Knochen. Wahrscheinlich dort mehr als in der Gesellschaft. Also auch Jahrzehnte später. Jahrzehnte später, genau. Über drei Jahrzehnte später. Jetzt müssen wir vielleicht erst mal erklären, was war dieser 17. Juni? Also Ulbricht hat in diesem Jahr oder einem Jahr zuvor den Sozialismus ausgerufen, der in der DDR aufgebaut werden sollte. 1953 stirbt Stalin. In der Sowjetunion ist da erstmal so ein kleines Machtvakuum entstanden. Und in der DDR hat man beschlossen, die Arbeitsnormen zu erhöhen zum 30. Juni, was zufällig Ulbrichts Geburtstag war oder nicht mal zufällig, das weiß man nicht so genau. Das hat den Unmut in der DDR hervorgerufen. Man sollte wahrscheinlich tatsächlich erst nochmal an dem Sommer 1952, Juli 1952, den Ausgang nehmen. Sie haben es erwähnt, zweite Parteikonferenz der SED beschließt den Aufbau des Sozialismus. Und dann beginnt etwas, was man als Klassenkampf von oben beschreiben konnte. Die DDR-Regierung, die SED-Führung hat mit brachialer Gewalt Maßnahmen eingeleitet, um quasi den Sozialismus in der DDR zu entwickeln. Das war der Ausbau der Schwerindustrie zulasten der Konsumgüterindustrie. Das war die Kollektivierung der Landwirtschaft, die letztlich eine Zwangskollektivierung der Landwirtschaft war. Das war die Zerschlagung von Mittelstand, von Handwerkern, die auch in Produktionsgenossenschaften gedrängt werden sollen. Die politische Justiz füllte die Gefängnisse in dem Maße, wie sich die Geschäfte lehrten, füllten sich die Gefängnisse mit politischen Häftlingen. Das war dann zur Jahreswende 1952, 1953 gab es Anzeichen einer neuen großen politischen Säuberungswelle, nachdem in der Tschechoslowakei Rudolf Slansky als westlicher Agent in Anführungszeichen enttarnt wurde. Und da eine große, auch antisemitisch konnotierte Verschwörung aufgedeckt wurde, in Anführungszeichen, die ihre Auswirkungen auf alle Ostblockstaaten hatte. Und dann Anfang 1953 Stalin, der kurz vor seinem Tod nochmal das Schwungrad der Ersäuberungen drehte, als er seine Ärzte verhaften ließ, die zumeist auch jüdischer Abstammung waren, mit dieser sogenannten Ärzteverschwörung. Und diese antisemitische Komponente der politischen Repression vom Zentrum in Moskau aus bis in die DDR ausstrahlte. In dieser Zeit verschärfte die SED-Führung den Kampf gegen die Kirche, vor allen Dingen gegen junge Christen, die in der jungen Gemeinde organisiert waren, die als Kriminelle und Agentenzentrale denunziert wurde. Und gleichzeitig wurde der Druck auf die jüdische Gemeinde so groß, dass die Leitung der jüdischen Gemeinde sich in den Westen absetzen musste. Acht Jahre nach dem Ende des Nationalsozialismus hat ausgerechnet der Antisemitismus in der DDR-Urstände gefeiert. Und das war natürlich erstmal eine unglaubliche Anspannung, wo die Masse der Bevölkerung unter riesigem Druck stand und die politische Gewalt so groß war, dass auch zunächst mal wenig offenen Widerstand sichtbar war. Erst nach Stalins Tod, als dann in der Sowjetunion die Weichen hin zu einer vorsichtigen Entstalinisierung gestellt wurden, was in der DDR völlig übersehen wurde. Erst in dieser Phase, als dann von Zeiten Moskau die Parteiführung einbestellt wurde, Anfang Juni und einer klaren Ansage, sie hätten hier einen linksradikalen Kurs gefahren, der nicht weitergeführt werden müsste. In dieser Situation kamen die Genossen belämmert zurück nach Ostberlin, nahmen alle Maßnahmen gegen die Christen, gegen die Bauern, gegen den Mittelstand zurück. Man hatte zwischenzeitlich die Lebensmittelkarten für Mittelständler und für Leute, die praktisch jetzt nicht der Arbeiterklasse oder den Bauern angehören, abgeschafft. Wurde alles ad hoc zurückgenommen, nur nicht die vorher schon verkündeten Normerhöhungen. Sie haben es erwähnt. Also ausgerechnet, Normerhöhung, das klingt so harmlos, Normerhöhung heißt letzten Endes, die Arbeiter, in deren Namen die SED ja zu regieren behauptete, sollten mehr arbeiten bei gleichem Geld. Also de facto mehr Arbeitsdruck und Lohnsenkungen. Also eigentlich die eigene Klientel. Eigentlich die eigene Klientel. Mir schwirrt die Zahl von 10% im Kopf herum. Das kommt wohl so hin, genau. Und es sollten einerseits in der Schwerindustrie natürlich diese Normen durchgesetzt werden, aber auch auf dem Bau. Sie müssen sich vorstellen, das waren ja vielfach Arbeiter, die noch in Zeiten der Weimarer Republik politisch sozialisiert wurden, die teilweise damals in der Gewerkschaftsbewegung standen, viele Sozialdemokraten oder auch alte Kommunisten. Und die jetzt acht Jahre lang mehr oder weniger dazu genötigt wurden, mitzutun, dass das politische System der SED als, ja wie soll ich sagen, die sich als Arbeiter- und Bauernmacht darstellte, in immer neuen Resolutionen zu begrüßen und zu verteidigen und so weiter und so fort. Und plötzlich stellen diese Arbeiter fest, dass überall der Druck rausgenommen wird, nur nicht bei ihnen. Und das war der böseste denkbare Fehler, den die SED zu dem Zeitpunkt begonnen konnte. Und das war mehr oder weniger dann der Weg in den 17. Juni, in den Aufstand, der dann innerhalb von 15, 17 Tagen sich entwickelt hatte. Aber kurz zuvor hatte die SED dann doch diese Normen zurückgenommen, irgendwie so zwei Tage vorher. Und das wurde dann noch nicht richtig kommuniziert und es schwach sich nicht mehr herum. Jetzt kommen wir in diese Tage zwischen dem, lassen Sie mich mal überlegen, der 17. Juni war mittwochs, wenn ich mich nicht täusche, der 15. Juni müsste Montag gewesen sein. Und am 13. Juni war dann, wenn ich mich jetzt nicht hier um einen Tag verschiebe, war dieser berühmte Ausflug auf irgendwelchen Ausflugsdampfer von der Janovitzbrücke zum Müggelsee und zur Gaststätte Rüpezal, wo die Poliere und praktisch die Vorarbeiter zusammen mit Vertretern der Verwaltung, der Baustelle am Samstag eine fröhliche Stelldicheingabe und wo die dort vertretenen Arbeiter dann gegen Ende der Feier zusammengesessen hatten, auch schon alkoholisiert und empört über diese immer noch nicht zurückgenommene Normerhöhung und für Montag einen Streik verabredet hatten. Und in der Tat, dann kam es zu den ersten Streiks und aber auch zum Versuch mit der Parteistats- und Parteiführung das Gespräch aufzunehmen, was nicht klappte und was den Unmut erst recht erhöhte. Also die Staats- und Parteiführung, die damals, glaube ich, in der Leipziger Straße im Haus der Ministerien hier in Berlin saß, in der Nähe vom Potsdamer Platz, hatte eigentlich für den eigenen Arbeiter und Bauern ein bisschen Angst bekommen und ist nach Karlshorst zur sowjetischen Militäradministration geflohen, mehr oder weniger. Das war wohl tatsächlich dann zum 16. auf den 17. Aber zuvor war es so, dass praktisch die Arbeiter zum Haus der Ministerien liefen, wie das Sie erwähnt hatten, um dort mit Otto Grote wohl, dem Ministerpräsidenten oder Walter Ulbricht oder wem auch immer, zu sprechen. Das Problem war aber, dass die von ihnen zum Gespräch angeforderten, in Anführungszeichen, Genossen, nicht dort saßen zu dem Zeitpunkt, sondern im SED-Zentralkomitee. Und das Misstrauen der Arbeiter war schon so groß, dass sie das einfach nicht glauben wollten. Sie glaubten, dass sie das Gespräch meiden und nicht bereit sind. Es gab dann, Streikführer wurden vorgelassen, die durften auch eine Resolution abgeben, Forderungen abgeben. Aber die vielleicht noch letzte Chance, irgendwie durch ein glaubwürdiges Gespräch und durch Zugeständnisse den Unmut der Arbeiter zu zügeln, hat es sich zu dem Zeitpunkt erledigt. Und es war so, dass dann auch noch am 15. am Montag, einerseits versucht wurde, die Bauarbeiter auf der Baustelle irgendwie abzuwiegeln und von dem Mittun zu verhindern. Aber das ging so weit, dass dann auch die Arbeiter des Krankenhauses Friedrichshain eingesperrt wurden, die Tore zugemacht wurden. Das haben dann wiederum die Arbeiter an der Stalinallee mitbekommen und sind dann hochgelaufen. Das waren ja nur zehn Minuten zu Fuß, Viertelstunde, um ihre Leute rauszuholen. Und das Ganze zu dem Zeitpunkt, als dann auch erklärt wurde, dass die Normen zurückgenommen werden würden, da war der Punkt schon überschritten. Da schlug der soziale Protest, die sozialen Forderungen in politische Forderungen um, nach freien Wahlen, nach Wiedervereinigung und eine klare Ansage, dass man mit der SED nichts mehr zu tun haben wollte. Der Spitzbart muss weg. Der Spitzbart muss weg. Und wichtig war zu dem Zeitpunkt, der Spitzbart war der Spitzname von Walter Ulbricht, so wurde er bezeichnet, weil er so einen charakteristischen Bart hatte. Und er war tatsächlich ja der starke Mann in der DDR. Formal hatte er von den Funktionen her, war das nur begrenzt für jedermann so fortsichtlich. Eigentlich die Frontleute waren Wilhelm Pieck, der Kommunist, und der ehemalige Sozialdemokrat Otto Grote wohl. Aber der starke Mann war tatsächlich Walter Ulbricht. Und was für den Aufstand dann entscheidend war, war die Berichterstattung des RIAS, des Rundfunk im amerikanischen Sektor, der am 16. Juni über die Streiks und die Demonstrationen berichtet hatte. Es kamen auch Arbeiter in die Redaktion, um die Forderungen dort zu verlesen. Und der dann in einem ganz bekannt gewordenen Aufruf dazu aufforderte, sucht eure Strausberger Plätze auf. Der Strausberger Platz war ein Fokuspunkt der Bauarbeiter auf dem Weg dann ihrer Demonstration ins Zentrum. Und dieser Rundfunk im amerikanischen Sektor strahlte ganz weit in die DDR aus. Und man muss sich ja vergegenwärtigen, dass es damals weder Twitter noch Instagram gab, dass die Arbeiter jetzt auch nicht durch Telefone oder Ähnliches vernetzt waren. Es war dann tatsächlich auch die Rundfunkberichterstattung, die den Gärpunkt, also das sehr überall gährend, die überall gährenden Proteste dann auslösen. Dann kam natürlich auch, dann gab es natürlich auch Kontakt über Telefon und Ähnliches. Und dann kam es am 17. Juni tatsächlich zum DDR-weiten Streik, zu Protesten, zu Demonstrationen, zu Kundgebungen. Und am späten Vormittag musste man vielerorts den Eindruck haben, dass sich die SED-Diktatur als Regime erledigt hat. Am weitestgehenden war es in Görlitz, wo die Demonstranten das Rathaus übernahmen und die SED komplett entmachten. Dort praktisch auch sofort die Verwaltungsstrukturen in Gang hielten und bereit waren, dort wahrscheinlich die Wahlen vorzubereiten, die allerseits gefordert worden sind. Und die Volkspolizei war am Vormittag des 17. Juni erst mal gelähmt. Da wusste nichts, was tun sollte. Die Parteiführung hat sich zu den Russen abgesetzt, zu den Sowjets abgesetzt, nach Karlshorst. Und es war dann so, dass schon am Tag davor im Prinzip die Sowjets den Befehl gegeben hatten, also von Moskau der Befehl kamen, die Panzer auszusenden. Und das war dann eben das entscheidende Moment. Sie müssen sich vorstellen, acht Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs hören die Menschen wieder das Rasseln von Panzerketten, die Motoren von Panzerketten, die in die Städte reinfahren. Das war ja aus dem Krieg noch völlig offenbar. Und am Anfang war auch noch nicht ganz klar, wie sich das entwickelt. Es gibt ja diese Bilder von sowjetischen Offizieren, die auf dem Panzer stehen und mit der Bevölkerung sprechen, die die Panzer umringen. Es zog sich bis hin zum frühen Nachmittag, bis dann der Ausnahmezustand in Berlin verhängt wurde, aber dann auch praktisch im gesamten Gebiet der DDR. Und bis es dann zu diesen Krawallbildern aus Ost-Berlin, vor allen Dingen natürlich an den Grenzen, also an Potsdamer Platz, Grenze zu West-Berlin und andernorts kam, das, was man in dieser Form von Berlin an Bildern hat, gibt es eigentlich aus den ostdeutschen Städten sonst nicht. Also die Demonstranten und die Aufständen waren im Prinzip insgesamt sehr gut gelaunt, sehr fröhlich. Das sieht man auf den Fotos. Es gab Übergriffe auch gegen Funktionäre. Es wurden ja auch SED-Bezirksleitungen oder Kreisleitungen besetzt. Es wurden Gefangene, politische Gefangene befreit. Es wurden Funktionäre verprügelt. Es wurden auch Funktionäre totgeschlagen. Aber das war von der Zahl her vereinzelt passiert. Also die SED und ihre Untergebenen oder die Staatsmacht der DDR war nicht in der Lage, diesen Aufstand niederzuschlagen, sondern musste die Besatzungsmacht zu Hilfe holen. Und dann bestand ja ernsthaft die Gefahr, dass das wirklich ein richtig blutiges Ende nehmen würde. Diesen blutigen Niederschlag, es gab Tote, muss man einfach ganz klar sagen. Aber kann man davon sprechen, dass dieser Aufstand dieser 17. Juni dann blutig niedergeschlagen wurde? Das ist eine Formulierung, die habe ich selbst auch schon öfter gebraucht. Da hat mich der Kollege Stefan Woller mal drauf gestoßen. Der meinte, dass die 50 oder 52 Tote am 17. Juni eine Tragödie sind. Unter diesen 52 oder unter diesen gut 50 Toten finden sich totgeschlagene Funktionäre, da finden sich standrichtig erschossene Aufständische, da finden sich Menschen, die durch Querschläger am 17. Juni getötet wurden, die vom Panzer überfahren wurden. Aber wenn man bedenkt, ich hatte das ja eingangs geschildert, wenn man bedenkt, dass im westlichsten Vorposten der Sowjetunion die gesamte Bevölkerung auf der Straße ist, die freie Wahlen und die Wiedervereinigung Deutschlands fordert, im Prinzip die Sowjetunion aus der DDR verdrängen möchte, ihre Handlanger politisch entmachten wollte. In dieser Situation fahren Panzer in die Städte. Die Soldaten wissen nicht, was sie erwartet sind, die kriegen das im Prinzip erst vor Ort mit, sehen sich einer feindseligen Menge, letztlich einer feindseligen Menge gegenüber. Da ist es schon bemerkenswert, dass eben im Großen und Ganzen über die Köpfe hinweg geschossen wurde, dass nicht in die Menschenmengen hereingeschossen wurde. Also das ist, im Prinzip ist der 17. Juni extrem gut erforscht. Aber aufgrund des unzureichenden Zugangs zu den Akten in Russland vor zehn Jahren, genauso wie heute ist davon gar nicht mehr die Rede, weiß man nicht genau, wie sich dieses Verhalten der sowjetischen Besatzungsmacht erklären lässt. Man hätte da weitaus größeres Blutzoll erleben können, wenn entsprechende Befehle gewesen wären. Aber offensichtlich war der Befehl, das niederzuschlagen, aber eben nicht mit äußerster Gewalt. Also wenn wir jetzt spekulieren wollten, könnte man sagen, hätte Stalin da noch gelebt, wäre es möglicherweise auch noch anders ausgegangen. Das ist eine interessante Frage. Das kann schon sein, auf alle Fälle. Wir sind ja in dieser paradoxen Situation, dass die Sowjets auf der einen Seite die SED-Herrschaft gerettet haben, aber dass der 17. Juni vielleicht die politische Karriere von Walter Ulbricht gerettet hat. Denn tatsächlich war es so, dass man wohl in der sowjetischen Führung, die zu dem Zeitpunkt ja noch nicht klar war, wer dort die Vorherrschaft haben würde, das war ja noch Khrushchev, Malenko und Beria, die da quasi als Triumphirat die Macht in ihren Händen fokussiert hatten. Beria soll gesagt haben, wir brauchen ein friedliches Deutschland, also die Sowjetunion braucht ein friedliches Deutschland, das muss aber nicht unbedingt sozialistisch sein. Das heißt, es gibt Indizien, dass die Sowjetunion einerseits unter Umständen bereit gewesen sein könnte, Zugeständnisse zu machen und vielleicht auch eine deutsche Wiedervereinigung zuzulassen für Zugeständnisse des Westens in Bezug auf ihre Sicherheit. In jedem Fall gibt es ganz starke Indizien und Hinweise, dass eigentlich der Chefredakteur des Neuen Deutschland, Rudolf Herrnstadt, und ausgerechnet der Staatssicherheitsminister Zeiser in Stellung gebracht wurden, um Ulbricht abzulösen. Und es gibt ein sogenanntes Herrnstadt-Protokoll, was Anfang der 1990er Jahre im Rohfeld Verlag erschienen ist, wo, und da ist diese Sitzung protokolliert, in der wirklich die ganzen Emotionen aufbrandeten, wo Ulbricht scharf kritisiert wurde, wo Ulbricht, wo man wirklich merkte, der Mann steht mit dem Rücken zur Wand und Honecker wird quasi da als FDJ-Chef entmachtet und auf Schule nach Moskau geschickt. Das war quasi so ein Kompromiss, um ihn nicht gleich in Schimpf und Schande wegzujagen. Und das heißt, man hatte diese Entwicklung nach der Rückkehr der Parteiführung aus Moskau, Anfang Juni. Gärte ist in der Parteiführung und es schien alles auf eine Entmachtung hinzudeuten. Und durch den 17. Juni, durch die Notwendigkeit, es niederzuschlagen, war plötzlich so eine Situation, wo die Warkenburg wieder geschlossen werden musste und Ulbricht es gelang, seine Widersacher zu entmachten und seine Vorherrschaft zu behaupten. Er hat zwar Federn gelassen, er durfte seinen Geburtstag nicht so feiern, wie man Stalins Geburtstag gefeiert hatte. Und man hat ihm auch keine Straßen nach ihm benannt und keine Statuen mehr aufgebaut. Das wäre alles jetzt fällig gewesen. Aber immerhin hat er seine politische Karriere erst mal gesichert. Und eine Briefmarke hat er noch gekriegt. Eine Briefmarke hat er auch noch gekriegt, genau. Also man kann sagen, wenn es schon einen Machtwechsel in Ostberlin gegeben hätte, dann wollten die Russen dann schon mitreden und die wollten sich nicht auf diese Weise durch einen Volksaufstand dort entmachten lassen. Absolut. Ich meine, man hatte ja zu dem Zeitpunkt auch befürchtet, dass der Westen versucht, eine antizipierte Schwäche nach diesem Tod von Stalin auszunutzen und auszutesten, wie weit man unter Umständen die eigenen Interessen auch militärisch oder durch einen Aufstand oder Ähnliches, durch die Inszenierung eines Aufstandes vertreten kann und den Sowjets zurückdrängen kann. Das war die Zeit des Rollback und der Hochzeit des Kalten Krieges. Das heißt, die Sowjetunion und die sowjetischen Führer hatten ja erstmal auch allen Grund, dem Westen alles Böse irgendwie zu unterstellen, so wie sie ja auch mit aller Kraft versuchen, alles Böse jetzt aus Sicht des Westens zu betreiben, was die Ausbreitung ihres Herrschaftssystems betraf. Insofern wäre es natürlich nicht möglich gewesen, dass sie die Schwäche zeigen, sich durch eine Volksmastung von der DDR verabschieden zu müssen. Also in dem Moment war eigentlich die Sicherheit der DDR erstmal wieder garantiert, nachdem sie so kurz und so knapp vor dem Aus stand. Und danach begann so eine Art Informationskrieg in der DDR, in dem man suggeriert hat, das, was hier passiert ist, das liegt überhaupt nicht an uns, das liegt nicht an unseren eigenen politischen Fehlern, sondern das war alles der böse Klassenfeind, das war der böse Westen. Es fanden Prozesse statt, Menschen wurden zu Tode verurteilt und auch hingerichtet, wegen angeblicher Übergriffe. Und die öffentliche Diskussion war eigentlich eindeutig, nur in diese einen Richtung wurde die geführt, dass es die Folge der faschistischen Unterwanderung der DDR war. Es gab in den allerersten Tagen gab es nochmal unterschiedliche Stimmen und Vorstellungen, wie man mit den Aufständischen im Nachgang umgehen muss, aber das war dann ganz schnell bereinigt. Und Sie haben völlig recht, die Mär von dem faschistischen Putsch, von der Verschwörung, von der Unterwanderung und von der Agententätigkeit wurde da definiert und dann für die folgenden 36 Jahre jedes Jahr aufs Neue durchgekaut. Und so wie am 13. August und am 17. Juni, das waren Daten, wo möglichst keine Brücke einstürzen sollte, wo möglichst keine Havarie in einem Unternehmen stattfinden sollte, weil sofort man die Vermutung hatte, dass praktisch hier irgendwelche Agenten in Erinnerung an den Mauerbau oder an den 17. Juni ihre Wühlarbeit verrichten. Also selbst ein Unwärter hätte wahrscheinlich zu merkwürdigen Interpretationen gefunden. Selbst ein Unwärter hätte und das war ganz, ganz fest. Es gibt eine... War das diese Schulstunde zum Mauerbau? Nein, ich glaube, das war zum Mauerbau. Es gab ein Schullabor an der Humboldt-Universität, wo Schulklassen einmal die Woche unterrichtet wurden, perfekt mit Kameras aufgezeichnet, damit mehr oder weniger Pädagogen dann auswerten konnten, wie die Lehrplanangebote und der Unterricht funktioniert. Und ich glaube, es ist gerade zu verwechseln, dass das, was wir mal veröffentlicht hatten, war dann kein Film einer Schulstunde zum 17. Juni, sondern zum Mauerbau. Und es wäre aber kein Unterschied. Es gab diese vorgefertigten Floskeln, diese vorgefertigten Geschichtsbilder und die wurden dann abgekaut und da wurde auch kaum Millimeter davon abgewichen. War die DDR nach diesem 17. Juni eine andere? Naja, sie war insofern eine andere, als dass die Oberen die Politik von Zuckerbrot und Peitsche etablierten. Also auf der einen Seite Peitsche im Sinne der von Ihnen ja schon angesprochenen Strafverfolgung, angeblicher faschistischer Agenten oder der Redelsführer des 17. Juni. Aber auch der Ausbau der Stadtsicherheit, die interne Überwachung, weil man nie wieder in diesem Maße von einer solchen Entwicklung überrascht werden wollte. Andererseits hatte man dann die Versorgungslage deutlich gebessert. Die Sowjetunion hat Hilfslieferungen geschickt. Man hat Medien gegründet, die etwas leichtere Kost lieferten und nicht so politisch waren. Man hat den Druck erst mal aus dem Kessel genommen. Das sieht man dann auch bei den Flüchtlingszahlen, die dann erst mal wieder zurückgehen. Das war erst mal so eine Situation, wo man das Rad nicht gleich wieder überdrehen wollte. Die Bevölkerung hatte aber gleichzeitig eben in diesem 17. Juli erlebt, dass sie aus eigener Kraft gegen die Sowjets sich nicht von dieser Herrschaft befreien konnte. Das heißt, man hat die Zeitgenossen, die diesen Aufstand erlebt hatten, haben an Mut verloren, was politischen Widerstand und politischen Widerspruch betrifft. Und es war dann nicht von ungefähr, dass Ende der 50er Jahre die SED-Führung sich in neuer Stärke glaubte und dann eigentlich das verwirklichen wollte, was 1943 abgebrochen wurde, also die Kollektivierung der Landwirtschaft abschließend, des Handwerks in Produktionsgenossenschaften zusammenschließen. Das heißt, ab 1959, 60 hat man wieder so eine klassenkämpferische Politik von oben betrieben, hat wieder Druck in den Kessel gebracht, was zu einem enormen Anstieg der Flüchtlingszahlen führte. Und letzten Endes dann zu dieser Situation im ersten Halbjahr 1961, wo sich die SED-Führung genötigt sah oder keinen anderen Auswert mehr sah, als von Moskau das Jahr abzuringen, die DDR vom Westen abzuriegeln, die Mauer zu bauen. Und am 17. Juni hatte sich der Zorn des Volkes und der Bevölkerung im Aufstand niedergeschlagen. Und Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre, im Wissen, dass es eben keinen Sinn macht, auf die Straße zu gehen, haben die Leute die Option gewählt, in den Westen abzuhauen. Und da stand dann die SED ein zweites Mal innerhalb von acht Jahren kurz vor dem Aus. Das heißt, wenn wir jetzt mal ein Fazit von diesem 17. Juni versuchen, das ist eher ein paradoxes Ergebnis. Einerseits hat die DDR bewiesen, dass sie sehr verletzbar ist. Und andererseits wurden dadurch Maßnahmen ergriffen, die es eben der Bevölkerung in der DDR wesentlich schwerer gemacht haben, gegen dieses Regime in der DDR zu protestieren und sich durchzusetzen. Das kann man so sagen. Und vielleicht sollte man eben auch noch mal betonen, dass der 17. Juni auch gezeigt hatte, dass die SED gegen die Bevölkerung herrscht. Sie hat sich ja Wahlen nie gestellt. Und das Ganze eben durch politische Propaganda, Aufmärsche und durch irgendwelche Rituale versucht zu suggerieren. Und der 17. Juni war im Prinzip der Offenbarungseid der SED, dass sie trotz exorbitanter Mitgliedszahlen, trotz scheinbar straff geführter Jugendorganisation, de facto mit offener Hose dasteht und eben nicht allein in der Lage ist, ihre Macht zu behaupten. Vielen herzlichen Dank. Das war Dr. Ulrich Mellert von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Wir haben gesprochen über den 17. Juni 1953. Dankeschön. Bitteschön. Da war doch was. Geschichte zwischen Kap Akona und Fichtelberg. Sie hörten einen Podcast der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Am Mikrofon war Thomas Klug. Untertitelung des ZDF für funk, 2017